Wovon träumt ein Weihnachtsmann im Mai? Kannst du's ahnen, warum geht ein Tag so schnell vorbei? Kannst du's ahnen, warum bringt der fernende Mond Ebbe oder Blut? Warum ist das Leid von heut Morgen wieder gut? Wovon träumt ein Weihnachtsmann im Mai? Frag die Sonne am Himmel, frage den Regen und frage dann dich allein. Warum steigen Wolken aus dem Meer? Kannst du's ahnen, wovon werden Regentropfen schwer? Kannst du's ahnen? Warum ist der Winter kalt und der Sommer heiß? Warum dreht sich unsere Welt immer nur im Kreis? Wovon träumt ein Weihnachtsmann im Mai? Frag die Sonne am Himmel, frage den Regen, das sind Fragen des Lebens. Wovon träumt ein Weihnachtsmann im Mai? Und die weißen, kann ich allein Vielen Dank.